So, heute war am Donnerstag schon die Tor-Kanade-Tipp-Runde, die Redaktion steht bereit, wir haben ein Mammut-Wochenende vor uns mit 800, 900 Spielen bis zum Sonntag, haben viel Arbeit, aber werden auch viel Spaß dabei haben und wollen erst mal tippen. Anfangen tut wieder unser Küken heute, das hat einen ganz bestimmten Grund, Maxi, kannst du ruhig erzählen? Ja, ich hatte ja bei meinen Tipps letzte Woche, ich glaube, die beste Ausbeute seit Beginn, ich war sowas von falsch, ich war nicht mal anders als bei irgendeinem Spiel dran, deswegen probiere es heute mal, nicht mal mit einer Steilvorlage, erstes Spiel neu auf Einen Zell, schwierig, beide Mannschaften gut drauf, ja, ich sag mal ein 1-1. Dann der Johannes. Ja, Einen Zeller, offensive Rollen, nur die Schanzen und die Bälle wollen jetzt so in dem Maße rein, wie das sein könnte, diesmal klappt es, 3-2, gewinnen sie in Neubau. 2-3, Auswärtssieg. Ja, Neubau hatte jetzt Spiel frei, konnte sich ein bisschen ausruhen, das geschehen, beobachten, die Einen Zeller sind, wie du schon sagst, kommen immer mehr auf Touren. Individuelle Qualität ist bei Neubau vielleicht einen Tick besser, ich glaube, es wird ein Unentschieden, und zwar mit 4 Toren, 2-2. Ja, ich habe Neubau gesehen, in Bronzell haben sie sich sehr schwer getan, weil Bronzell gut gestanden hat, Einen Zeller wird eher mitspielen, aber Einen Zeller hat viele Chancen jede Woche. Ich glaube, es wird verdammt eng, und das 2-3 von Johannes kann ich nur unterstreichen, Einen Zeller gewinnt in Neubau. Auch 3-2, sagst du? Jawohl. Gut, dann gehen wir eine Liga weiter drunter, Burghauen gegen Horrors, wobei, vielleicht spielt er nächstes Jahr einfach in der Gruppenliga, mal gucken. Max, du darfst anfangen. Ja, Horrors am Wochenende 0-0. Bei jedem normalen Kopenliga, kein Superliga-Tor, dort hätten sie wahrscheinlich unentschieden gespielt, oder beziehungsweise gewonnen. Der Chris Kröschchen bei der nächsten Zeit dritten hat überragend gehalten, haben sie am Abend alles ausgegeben, sogar die Horrors sah. Das war ein Gefühl der Volkszelle, der wohl auf der anderen Seite stand, also selten erlebt sowas. Sie trennen diesmal die Horrors sah, aber trotzdem gewinnt Burghauen 2-1. 2-1 für Rot-Weiß. Genau. Dann ist Burghauen zuletzt richtig stark, kommt immer mehr in die Spuren nach dem Grandiosen Derby-Sieg vor ein paar Wochen. Müs 3-3 vor zehn Tagen, oder letzte Woche 4-2 in der FT gewonnen. Die gewinnen auch diesmal wieder, ich sag 3-1. Dann, ja genau, was sag ich denn eigentlich? Ja, Burghauen kommt so langsam auf Tour, man hat wie eigentlich ganz oben erwartet, aber musste sich dann doch noch einspielen mit den vielen Neuzugängen. Horrors dagegen schon eingespielt, ich hab's jetzt nur bei FT am ersten Spieltag gesehen, haben sie eine sehr reife Leistung abgeliefert. Auch da gebe ich mich mal diplomatisch und tippe auf ein Unentschieden, es gibt ein 1-1. Ja, mit deiner Diplomatie hast du ganz recht. Ich glaube, das Spiel kann jeder gewinnen, ich glaube, es ist sehr offen, deshalb gehe ich auch auf ein Unentschieden, aber mit mehr Toren. Ich tippe ein 2-2. 2-2. Und zu guter Letzt, Sickels gegen die Borussen-Pfohlen in der A-Liga Fulda-Lauderbach. Sickels-Absteiger, Borussia 2, fast Absteiger in die andere Richtung, letztes Jahr. Jetzt sind sie oben auf, Max, was glaubst du? Ja, die Borussen sind echt gut gestartet, das hätte ich so auch nicht erwartet. Ich meine, gut, die haben natürlich in der Regel niemals Chester Seh noch mit dabei in der zweiten, was ja eigentlich für die A-Liga ja. Ein überragender Mann ist für Mehmet Krummulo auch noch ein Top-Torjäger. Dementsprechend treffen die Borussen dreifach, Sickels 1, also 3-1 für die Borussia. 3-2-1. Boah, Borussia hat sich diesmal schwer und verliert. 2-1. 2-1. Ja, Sickels, da hat sich jetzt auch einiges gefunden. Und ja, aber ich hab's halt irgendwie mit der Diplomatie. Ich glaube, auch da schenken sich beide nicht viel. Und die Sickelser halten den Abstand zu Borussia zumindest und halten die Liga auch ein bisschen spannend damit. Ich glaube, es fallen immer Tore. 1-1 und 0-0 wird hier nicht getippt. Ja, ja, Sickels hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. Borussia hat, glaube ich, in den letzten sechs Spielen 27 Tore geschossen in dem Dreh. 27, 28 Tore. Ihr habt's gesagt, Cesati, Coromio da, Özovacchi, Doga da. Borussia ist irgendwann fällig. Tore gibt's ohne Ende. 5-4 für Sickels. Ach, wunderbar. Kröner Abschluss. Gut, das war die Diplomatie für diese Woche. Ja, ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß und ich hoffe, wir haben einige Kopftreffer.